Meine Damen und Herren, wir schalten heute exklusiv ein aus Zombieland. Zombie-Zaun! Schaut doch nur, wie friedlich sie sind. Die lassen sich die Haare im Friseursalon machen. Oh, da will ich auch mal hin. Bist du verrückt? Freunde, es ist sehr gefährlich. Das ist mir egal, ich bin Papa Sass. Schauen Sie nur, wie fortschrittlich diese Zombies sind. Die haben ihren eigenen Friseursalon und ihr eigenes Restaurant und sogar ihren eigenen Club. Und vieles mehr. Da will ich hin! Ich mag Zombies so sehr! Das ist definitiv eine schlechte Idee. Meine Damen und Herren, ich glaube, es wird Frieden zwischen uns herrschen. Menschen und Zombies können zusammenleben. Oh, Leute! Habt ihr gesehen, was da passiert ist? Das ist sehr cool, ich will unbedingt dahin! Nein, die nachrichte Lücke nicht mal! Nein, Zombies gibt es wirklich! Und ich habe schon immer davon geträumt, ein Zombie zu sein! Ich will unbedingt dahin, Mann! Sass, es könnte doch sehr gefährlich sein! Keine Sorge, wir haben ein Mittel und man kann einen Halbort-Zombie werden und sicher dort ihn ankommen! Macht keine Sorge! Haha, ja toll, Freunde! Worauf warten wir denn noch? Brüder, Geld, Geld! Lass uns gehen, komm! Oh, Freunde, da sind wir! Da steht Zombie-Zaun! Lass uns reingehen! Ja, aber da steht, dass es gefährlich ist! Das sind deine Märchen! Komm schon! Toll! Stimmt! Ist das irgendwie hier unten? Alles klar, ich bin bereit, reinzugehen, Leute! Stars, ich habe hier zwei Flüssigkeiten! Das ist ein Elixier, das dich in einen Zombie verwandelt! Und das zweite ist ein Gegenmittel! Aber jetzt sollst du nur die Hälfte davon trinken! Gib es mir, Raffario, dann werde ich ein Zombie! Aber ich werde nur die Hälfte davon trinken, damit ich mich nicht komplett in ein Zombie verwandle! Es reicht! Reicht! Toll, in fünf Minuten bin ich ein Zombie! Und wir warten, wir warten! Stars, Stars, wach auf, wach auf, wach auf! Wie geht es dir? Ja, mir geht es gut, Raffario! Geh runter in die Stadt und windet euch heraus, was du kannst! Ja, klar, Leute! Ich bin immer noch Mensch! Ich gehe, okay? Seid nur vorsichtig! Viel Glück, Stars! Viel Glück! Los! Okay, Freunde, ich glaube, ich habe den Kontrollpunkt erreicht! Ich gehe jetzt zum Wachmann! Hallo? Kann ich ins Zombie-Town gehen, bitte? Bist du ein Zombie? Menschen dürfen hier nicht rein! Natürlich bin ich ein Zombie! Riech mal! Kannst du es riechen? Darf ich rein? Okay, du darfst rein! Vielen Dank! Er riecht komisch, aber er scheint dazu zu gehören! Ah, Freunde! Das Elixier hat gewirkt, aber ich fühle mich ein bisschen salzsam! Ich habe das Gefühl, ich verwandle mich mehr und mehr in ein Zombie! Oh! Oh! Wo bin ich? In einem Friseursalon! Kommt ihr! Ja, hallo! Hallalala! Der erste Kunde ist endlich da! Setzen Sie sich, damit wir Sie bedienen können, bitte! Zu so schönen Zombie-Mädchen kann ich nicht nein sagen! Denn ich möchte auch ein schöner Zombie sein! Bitte, bedient mich! Ja, bedienen Sie mich! Ich will mein weißes Haar! Okay? Fallen Sie vielleicht auch noch schwarze Nägel? Ja, natürlich! Ich bin auch ein Zombie! Was für ein selbärmer Kunde! Freunde, sieht mal, wie gut ich aussehe! Was bin ich euch schuldig, Mädels? Sie schulden uns eine Spinne für unsere Arbeit! Eines Moment war... Hoppla, bitte! Eine Spinne für eure Arbeit! Nehmt sie bitte! Ich gehe jetzt! Was für eine schöne Spinne! Freunde, ich fühle mich dieses Mal sehr seltsam! Wo bin ich? Wo bin ich? Hallo? Wo bin ich? In einem Restaurant! Darf ich hier sitzen? Was haben Sie auf Speisekarte? Gehirne, Augen, Eingeweide! Wir haben das Wichtigste vergessen! Habt ihr Blut? Ich bin durstig! Wir haben Blut! Geben Sie mir Blut! Blut! Das Blut hat mir gefallen, Freunde! Was möchten Sie essen? Was möchten Sie essen? Ich will Eingeweide und Auge! Bitte schön! Ich hätte nie gedacht, dass ich mal Augen und Eingeweide essen würde! Das habe ich nicht erwartet, Freunde! Ich fühle mich wie ein Zombie! Wie fühlen Sie sich? Ich bin ein echter Zombie! Wie? 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 Möchten Sie etwas Gehirns? Klar! Lecker oder? Sehr lecker! Wie viel soll ich bezahlen? Geld auf mich! Dankeschön! Oh, ich höre Musik Das ist irgendwo da drüben Ich will da gehen Freunde, ich fühle mich sehr schlecht Und meine Augen sehen nicht gut Was ist mit mir los? Ich mag meinen Zustand Ich will für immer ein Zombie sein Das ist mein Zuhause Odyssee, es sind schon 2 Stunden vergangen Was sollen wir tun? Ich weiß es nicht, Raffario Wir müssen etwas tun, das ist in Gefahr Wir haben dieses Elixier, Freunde Wir müssen es trinken, um halb-Zombie-Wistar zu werden Nein, Raffario, das ist sehr gefährlich Wir sollten lieber so tun, als wären wir Zombies Uns schminken, uns das retten gehen Du bist sehr schlau, wie dein Vater Komm, wir verkleiden uns So ist es gut Gut, gut, gut Bravo Gut, gut, gut Komm schon, füge die rote Farbe hin, wenn es nun losgeht Okay Nun sehen wir wie Zombies aus Ein bisschen, aber es könnte funktionieren Los, probieren wir uns es aus Los, komm, komm Hey, hey, halt Nur Zombies sind hier erlaubt Wir sind Zombies Wir sind Zombies Zombies Ja, ja, wir sind Zombies Ich muss sicher sein Hier Hier riecht menschlich Wir können uns die gerne Augen Augen Ich mag Augen Äh, 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 äh Aí ist ja das guselige Mädchen an. Wie sehr seltsam. Was ist das? Setzt euch, wir werden euch bedienen. Was möchten wir denn? Ich will viele Haare, wenn das möglich ist. Wenn das möglich ist. Ich will viele Haare. Alles, was sie sagen, ganz nach ihrem Geschmack. Du bekommst dieses Haarband hier. Das liegt gerade enttrennt. Das sieht wirklich cool aus. Und du wirst eine Perücke tragen. Genauso wie du wolltest. Freunde, mein ganzes Leben lang wollte ich lange Haare haben. Jetzt bin ich attraktiv. Wie ein echter Zombies. Zombie. Zombie. Okay, jetzt schulden uns zwei Spinnen. Oh, tut uns leid. Wir haben unsere Boot. Man ist zu Hause vergessen. Wir schulden euch was. Wir bringen es später vorbei. Okay, Mädels. Ich danke euch vielmals. Was für eine neue Zombie-Generation ist das? Bin mir sicher, die werden uns nie was bringen. Wie immer. Meanwhile. Und ich sehe, das ist ein Restaurant. Lass uns was essen. Ja, gut, gut. Wir sind jung. Und wir sind hungrig. Was darf es sein? Nach ihrem Geschmack. Wir sind sehr, sehr hungrig. Ja, ich bin sehr hungrig. Schönen Sie Ihre Spezialität, bitte. Bitte, schneller. Einen Moment, bitte. Schier, bitte. Ich kann nicht. Sonst werden wir erwischt. Ja, vielen Dank. Das schmeckt gut. Das schmeckt gut. Das schmeckt gut. Ich möchte. Wie viele teilen? Äh, Dankeschön. Und jetzt habe ich gesehen, es ist Zeit zu gehen. Ah, hörst du Musik? Ja, ich höre. Lass uns leise hier. Ja, ja, komm. Oh, Raffanio, wo sind wir denn? In einem Club. Odyssee. Schau mal, das ist jetzt das. Wir müssen ihn retten. Schneller, ihn retten. Ist das, ist das. Komm schon, komm schon. Wir müssen schnell weg. Das ist mein Zuhause. Ich bin ein Zombie. Freunde, Stas ist ein echter Zombie geworden. Wir müssen ihn retten. Was sollen wir tun? Ich habe das Gegengift, Leute. Gegengift, Leute. Stas, wir haben das Gegengift. Trink es. Ich bin ein Zombie. Das ist mein Zuhause. Freunde, wir müssen einen wegfinden. Stas wieder menschlich zu machen. Äh, Stas. Was hast du dir ausgedacht, Herr Fabio? Gut. Freunde, ich habe einen tollen Plan. Hör zu. Wir haben das Gegengift und wir haben das Auge. Wir geben ihm das Auge. Er macht den Mund auf und wir geben ihm das Gegenmittel. Ja, das war eine gute Idee. Vielleicht wird es nicht funktionieren. Mal sehen. Ich hoffe es. Stas, willst du ein Auge? Natürlich will ich ein Auge. Komm schon. Komm schon. Stas, bist du in Ordnung? Wo bin ich? Was ist mit mir los, Leute? Lass uns hier verfindet, Stas. Komm schon. Mein Junge. Warum bin ich ganz im Blut? Was ist mit mir passiert, Leute? Ich kann dieses T-Shirt nicht mehr tragen. Ich ziehe es auf. Was soll ich nicht? Was merkst du da? Ah. Mönchchen. Lass uns nach Hause laufen. Wir sollten lieber Challenge spielen. Nein. Nein. Bin. Dr 악. Ach. Ach. Ach.